Herzlich willkommen zurück bei Lies of Präzedenzfall. Letztes Mal haben wir ja von dem einen Kanickel-Dude auf die Fresse gekriegt. Ich habe mal geguckt erstmal, wo ich diesen Slum-Hütten-Schlüssel benutzen kann. Und das ist eigentlich relativ offensichtlich. Und zwar, wir haben es ja von dem Mini-Boss gekriegt, der da mit der Axt auf uns eingehauen hat. Und da ist auch direkt die Tür, wo man es benutzen kann. Deswegen gehen wir da nochmal eben zurück. Kommen wir einfach vom Pilgerpfad Stargazer. Da fahren wir einfach mit dem Aufzug nach unten. Und sind dann ja relativ direkt wieder an dieser Ecke. Das machen wir mal eben, bevor wir uns dann wieder dem Kanickel-Dude mit großem Messer entgegenschmeißen. Ist aber anscheinend in den Bosskampf auch nur dieser Kerl. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, dass sie nacheinander oder alle gleichzeitig oder so auf mich draufklopfen. So, da ist nämlich die Tür. Schlüssel benutzt. Und die braucht wieder drei Tage zum Aufmachen. Easy. Oh, da ist noch Feuer. Booms. Fertig. Und Kisse. Ich glaube, da ist irgendwas Rüstungstechnisches drin. Eine Korrosionsbeständigkeits-Konverter. Belfort Superior. Und jetzt können wir dann direkt wieder den Aufzug zurücknehmen. Und teleportieren uns wieder zum Red Lobster. Und dann gucken wir uns nochmal eben an, was ich an Ausrüstungsgegenständen benutzen könnte. Weil ich weiß gerade nicht, was der Dude mir da für einen Schaden macht. Ah, Entschuldigung. Da ist mal die falsche Röhrer. Sorry. Ich glaube, der macht aber ganz normalen physischen Schaden. Und da kann ich generell meine meine Defensivsachen nochmal eben durchgehen, ob da irgendwas Interessantes bei ist, was mir helfen könnte. Da gehen wir einfach in die Ausrüstung. Und gucken hier unten. So. Wir haben... Der macht physisch Schadensreduzierung. Einfach erhöht. Alles klar. Das ist gut. Das sind die ganzen Konverter. Und jetzt gucken wir mal, ob da irgendwas bei ist. Den hab ich... Der macht gegen Hitze, glaube ich, ne? So. Der hat Korrosionsbeständigkeit. Und der hat Korrosions... Ah. Belfort Superior. Und der macht auch noch eine erhöhte physische Schadensreduzierung. Ja, den nehmen wir doch direkt mal. So. Und dann haben wir hier ja die Brechkartusche. Physische Schadensreduzierung. So. Das erhöht Schockwiderstand. Das erhöht Brechwiderstand. Und das erhöht auch noch die physische Schadensreduzierung. Den nehmen wir auch mal mit. So. Und. Sorry, ich hab irgendwann... Irgendwann mal's. Ähm. Der erhöht... Äh. Durchbohren. Das macht er wahrscheinlich nicht. Er macht wahrscheinlich... Äh. Er macht wahrscheinlich Schlag. und Hieb. Ha. Lassen wir das Ding mal drin. So. Ich weiß nicht, warum hier immer noch... der Punkt drauf ist. Egal. So. Wir bleiben bei unserem Winterrapier. Ähm. Wir bleiben auch jetzt noch beim Falkenhaube. Und dann kann ich hier den Schleifstein tauschen. Und dann würde ich hier den Schleifstein nämlich mal auf Feuer wieder umstellen. Schleifstein wechseln. Feuer. Alles klar. Und dann rennen wir noch mal dahin. Einfach alles ignorieren. Einfach ignorieren. Ist egal. Da mein der... Der Deathrun hier, der ist... Der ist okay. Da gibt es Schlimmeres. Da gibt es echt Schlimmeres. So. Hier ist es schade für den Geist. Den lassen wir wieder komplett links liegen. Und dann geht er los. Schleifen. Jetzt muss ich erstmal... erstmal ein bisschen Distanz aufbauen. Dann gucken wir mal, wie der auf die Granate anspricht. Oh, ja. Die macht doch schon ein bisschen Schaden. Und weg. Und weg. Und weg. Haha. Die Kombos von dem sind aber auch richtig... Richtig schäppig. Zu kurz. Ha. Okay, aber seine Waffe leuchtet rot. Ja, warum kommt da jetzt noch einer? Ich dachte, ich treffe den alleine an. Okay, ich muss mich erstmal auf einen fokussieren. Ah. Das geht gerade gar nicht. Meine... Ausdauer ist im Eimer. Okay, den muss ich... Den muss ich blocken. Dann hauen wir den mal die... Pavel an, das ist rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, ist klar. Leute, ihr seid auch gar nicht unfair hier. Leute. Nee, wie soll ich das schaffen? Okay, ich fokussiere mich weiter auf den. Oh, nicht mehr tot. Wie? Wie soll ich das... Hinkriegen? Okay, versuchen wir nochmal. Also, ich glaube... Die andere Option wäre, ich fokussiere mich dann auf die... Auf die kleineren, weil die wahrscheinlich weniger aushalten. Und ich die schneller wegkriege. Und der andere Dude ist relativ langsam, wenn er nicht gerade... Äh... Seine Mega-Kommode ausführt. Ha. Das ist schäbig. Das ist richtig schäbig. So, schleifen. So. Nein! Nein, 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 nicht schleifen. So. Versuchen wir... Erstmal den... zu. Scheiße. Nein! Ich will... Ich will dein Schwert kaputt machen, Leute. Äh, Junge. Na? Nee. Das wird nix. Komm. Ich will einfach nur dein Schwert kaputt machen. Nee, das Ding hält... Sein Schwert hält zu viel aus. Moment, wenn ich... Wenn ich... Jetzt. Okay, okay, okay. Das ist... Das ist eine separate Lebensleiste. Okay. Okay. Autsch. Okay. Okay. Also der... Mit dem dicken Schwert... Hat die große Lebensleiste unten... Und jeder, der nachkommt... Hat eine separate Lebensleiste über sich... Und hat deutlich weniger aus. Ergo... Muss ich sammeln. Ähm... Ergo... Heißt halt für mich jetzt erstmal... Dass ich... Dass ich mich um die... Kleinen erstmal kümmern sollte. Oder? Oder? Ja. Nehmen wir den Fulminus nochmal mit. Versuchen wir dann nochmal. Versuchen wir das noch einmal... Und dann... Werde ich wahrscheinlich wieder in... Ins stille Leiden wechseln. Bis ich es geschafft habe. Weil das könnte auch wieder... Also das könnte minimum wieder eine Stunde dauern. Bis ich das raus habe. Ach Gott. Und ich könnte ihm wahrscheinlich theoretisch die Waffe... Kaputt machen. Aber wahrscheinlich nur nach zwölf Mal... Entsprechend... Blocken. Autsch. Nein. Oh. So. Jetzt kommt... Ne Kleine. Okay. Macht nicht so viel Schaden. Ist aber ganz schön... Ganz schön lässig. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nein. Was soll das? Die Attacke will ich auch haben. Autsch. Autsch. Okay. Okay, aber die... Die hatte ich halb runter. Okay, ich glaube, die Idee... Ist gar nicht mal so... Schlecht. Ja. Ich glaube, ich muss einfach... Früh mindestens mehr einsetzen. Und... Ja. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns dann gleich in einem... Hoffentlich erfolgreichen Run wieder. Ich würde erneet, So much fun! Das ist! Anfahrt! Es ist meine turn! Okay, wir können uns befehlern. Wir leben und leben. Das ist es. Okay, das war jetzt der absolute Käse. Aber ich sitze da jetzt seit einer Woche dran! Ah! Leck mich am Arsch! Ich war kurz davor, die ganze Thematik hier abzubrechen und einfach dieses Spiel nicht mehr weiter zu spielen! Deine Mutter bezahlt dafür! Oh! Okay! Also, was ich jetzt gemacht habe. Wie ihr gesehen habt, ich habe den einfach nur zugeschmissen. Ich habe einfach nur zwischen Red Lobster innen und hier, also zwischen dem Stargazer, da ist ja ein dicker Mob in dem Red Lobster drin, plus die ganzen kleinen. Die habe ich zwei, dreimal gefarmt. Äh, dann habe ich mir die Taschen vollgemacht mit Thermit und mit Säureflaschen und mit einer Wurfzelle. Und einmal die Fabeltechnik voll gehabt. Und dann einfach, wie ihr gerade gesehen habt, einfach rein. Einfach einmal die Fabeltechnik zünden, vorher den Feuerschleifstein drauf und dann einfach nur noch werfen. Und dann einfach nur noch werfen. Hätte das jetzt nicht funktioniert, wäre die nächste Möglichkeit für mich gewesen, einfach den Geist zu holen. Weil ich habe keinen Bock mehr auf diesen Typen gehabt. Beziehungsweise auf diese vier Typen. Also, schmeißt Sachen auf den drauf. Sehr empfindlich gegen Feuer. Danach, glaube ich, Säure. Äh, ja. Läuft. Also, ich habe jetzt in meinem Urlaub, ich habe jetzt die letzte Aufnahme, die ihr gesehen habt, die letzte Folge, die war von Sonntag. Wir haben jetzt Freitag, 12 Uhr und 37. Ich habe jeden Tag, wenn ich nicht gestreamt habe, habe ich mehrfach versucht, stundenlang diesen Typen zu legen. Das war jetzt nicht schön, aber es hat funktioniert. Ich habe keinen Geist gerufen. Alles gut. Was steht denn da rum? Okay. Fassen wir mit dem Q-Tip drin. Ja. Und, äh, ich mache jetzt hier auch erstmal eine Pause. Ganz ehrlich, das waren jetzt schon wieder heute, ich glaube, zwei Stunden. Ich kann nicht mehr. Ja. Warum ist da... Ist da ein Bild? Ein Fenster? Gucke ich mir jetzt nicht mehr an. Gucke ich mir jetzt echt nicht mehr an. Ich gehe jetzt einfach nur noch zum Hotel zurück. Gucke, ob der komische Adolino-Typ da ist. Und... Dann war es das für heute. Oh Gott. Der nächste Souls-like wird im Stream gespielt. Ich glaube, ich war schon mal zwischendurch gucken, ob der da ist. Da steht hier hinten. Stand hier hinten eigentlich, zumindest. Da! Hi! True. Show me that you're worthy to wield it. Alles klar. Äh, was kriegen wir denn von dem? Ist das denn? Ist das denn? Ist das denn? Ist das denn? Ist das denn wirklich ausweichend? Ist das denn niedrigaussauer? Ach, ich habe ja von ihm gerade gar kein Ergo gekriegt. Also kein... Kein rares Ergo, oder? Nee, nur ein prachtvoller Ergo-Bogen. Nice. Gut. Gut. Ich kann die Koffe hier treten. Okay. Kann ich hier auftreten? Yes! Randale! Äh, gut. Also wir gucken in der nächsten Folge dann weiter, was wir machen. Mit dem Ergo und allem drum und dran. Ich brauche jetzt erstmal Kaffee. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja... J's... Tsch... Nein... Sie h saltieren und werfen never.